Ich bin Batman, der einzig wahre Batman. Ich bin Batman! Hi Leute, ich bin Batman! Oh Gott, es ist Batman! Oh, darf ich ein Autogramm haben, bitte? Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich steppe jeden Tag. Fruit Ninja. Das beste Handyspiel aller Zeiten. Das gibt es jetzt in VR. Wir fangen dann mit dem klassischen Modus. Okay, ich bin bereit. Ich spüre den Geist in mir. Für die Leute, die es nicht kennen, man muss einfach Früchte schlagen. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Und da kommen Bomben, die man nicht erwischen darf. Das war gerade ziemlich knapp. Oh Gott, okay, jetzt fängt es auch schon an. Das ist ja voll einfach. Das kann ich... Oh Gott, ja. Ähm. Wow, oh Gott, was ist jetzt los? Wuh! Ah, oh Gott! Hui! Alles so langsam. Okay, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wow, das sind so viele. Ehm, nein, 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 nein. Ja. Und jetzt zwischen meinen Beinen durch. Ähhhh. Long. Ich hab's aufgespießt. Ha, guck. Ich hab'n Früchte spieß. Hm. Warte kurz. Ich will mein Früchte spieß lassen rum. Oh. Überleben? Hallo? Oh! Wer bist du denn? Äh, Leute. Ah! Okay, 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 okay. Puh, der beschießt mich mit Früchten. Ich bin bereit, ich bin bereit. Komm, komm, komm. Oh, ja, man. Oh, nee, es kommt noch ein zweiter, oder was? Okay, das wäre vielleicht nicht mehr so easy. Aber okay, das geht auch noch. Das geht, das geht, das geht. Ich komme damit klar. Ah! Yo, geht's noch? Du bist gefeuert? Oh, nee, es kommt noch ein dritter angeflogen. Okay, kommt hier. Komm at me, Bro. Wow! Wow! Wassermelone! Andere Sachen. Noch mehr andere Sachen. Okay, noch mehr andere Sachen. Will jemand einen Früchtenspieß? Okay, nein. Wollt ihr nicht. Ich bin der beste Früchtekoch. Ich hacke alle Früchte klein. Okay, es wird nicht mal mehr. Hahaha. Hahaha. Kommt schon, ist das alles, was ihr könnt? Jungs, chillt doch mal Ihr könnt mich nicht besiegen Ihr früchte schießenden Roboter Ich habe einen kaputt gemacht Ich habe einen kaputt gemacht Nein Nein Ich konnte nicht mehr ausweichen Das war es für meinen Kung Fu Kurs für heute Ich hoffe ihr konntet einiges lernen Wir sehen uns im nächsten Spiel Achso Leute, bei dieser Gelegenheit Kann ich euch ja noch direkt mein VR Haus zeigen Das hier ist es Das ist einfach ein leerer Raum Hier hängen ein paar Bilder Das sind meine Wandregale Und das ist das Wichtigste hier Mein Gaming Setup 2019, 25.000 Euro Ich habe mir das Haus eigentlich nur Wegen der Aussicht gekauft Und wegen dem hier Ich weiß überhaupt nicht was das ist Ich glaube sowas nennt man heutzutage Kunst Auf jeden Fall Leute, bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen Ich habe in einem meiner letzten Videos Raid vorgestellt Viele Leute haben sich das Game schon runtergeladen Und wir haben uns gedacht Als Belohnung bekommt ihr noch ein Gewinnspiel Und zu gewinnen gibt es eine 25 Euro Steam Karte Die könnt ihr für alles einlösen Also überall, ganz egal was ihr auf Steam holen möchtet Das heißt, wenn ihr mitmacht bekommt ihr nicht nur ein tolles Spiel für euer Handy Sondern habt auch noch die Chance 25 Euro auf Steam zu gewinnen Also wenn das mal kein Deal ist, hm? Weiter geht's mit dem nächsten Spiel Was oder wer bist du? Was zu hell ist hier los? Ich bin... Das soll eigentlich so ein Piraten-Simulator sein Später Ahoi Matrosen Ich habe gar keine Matrosen Das sind meine Matrosen Hallo? Die sind definitiv böse, oder? Nein! Was wird angegriffen? Niemals! Ah! 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 Tschüss! Haha! Ich habe es geschafft! Wuuu! Der Piraten-Depp Büh! Okay Die ersten Feinde konnten uns nicht besiegen Und ich segel weiter zu meinem Ziel Und zwar nach... Äh... Wohin segel ich eigentlich? Auf irgendeine einsame Insel Dort baue ich mir ein Haus und Trinke viel Rivella und... Oh, nee! Oh, Gott! Nein! Äh! Niemals! Äh! Hahaha! So muss das sein! Äh! Nein! Äh! Ciao! Niemand kann mich aufhalten! Grüßt die Korallen Da unten von mir! Hahaha! Ist das bescheuert! Hahaha! Doch jetzt geht meine Reise weiter! Und zwar war es ein sonniger Tag! Und ich... Ähm... Es war kein sonniger Tag! Und ich... Schiss mir in die Hosen! Jetzt war es ein sonniger Tag! Und... Schon wieder Wurden die Glocken geläutet! Seht ihr sogar die Piraten lassen Die Glocken klingeln! Die wissen worauf es rankommt! Was ma... Was ist das für ein Schiff? Denkt, damit treffe ich euch nicht! Oh, da sind sie wieder! Ah! Ja, ich hab ihn! Jetzt seid ihr dran! Hey! Ah! Yes! Ha! Das war's! Was soll denn das für ein Boot sein? Egal! Sieg ist Tanz! Boom! Boom! Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben! Ich sehe fast gar nichts! Junge, ich sehe diesmal wirklich fast gar nichts, ne? Oh mein Gott! Was ist denn da los? Oh Gott! Nein! Nein! Ich hab was! Nehmt das! Und jetzt! Boom! Ha ha ha! Ah, ihr könnt mich nicht versiegen! Ich werde... Oh! Okay! Friss das! Und du das! Yes! Ja! Das Schiff ist durch mein Schiff durchgefallen! Hey! Hey! Das sag ich meiner Versicherung! Das sag ich meinem Anwalt! Das war der Endboss! Yes! Und noch mehr Schätze! Jetzt sind wir reich! Und ich kann mir endlich eine Insel suchen! Vielleicht ja eine von diesen hier! Ich bin Batman! Ich bin Batman! Cool! How are you dancing? Spielen! Ach so! Da muss ich den Schlüssel reinpacken! Okay! Yes! Okay! Okay! Let's go! Da! Was? Nein! Klavier! Nein! Was? Was hab ich gemacht? Na! Leute! Wo bin ich hier? Ich bin hier gef- Oh mein Gott! Okay! Ich meine jeder hat sowas zu Hause, oder? Oh! Hi! Ready for deployment! Ist es wieder Zeit die Stadt zu retten? Na gut! Wenn es halt- Einer muss es ja tun, oder? Oh! Ich hab einen Anzug an! Nice! Ha! Yes! Ha ha! Ich bin der Held der dieser Stadt! Ah, ihr wisst ja, was ich meine. Das Wichtigste kommt natürlich zum Schluss! Lass es uns tun! Lass uns diese Stadt retten! Aaaaaah! Please begin! Howl Calibration Routine! Calibration- Ich bin Batman! Hi Leute! Ich bin Batman! Drr! Ich bin Dabman! 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 Ich bin Dabman! Ich bin Dabman! Ich dabbe jeden Tag! Ha ha ha! Wee! Oh Gott! Es ist Batman! Oh! Darf ich ein Autogramm haben? Bitte! Okay. Hör auf mich so anzugucken! Hör auf mich so anzugucken! Pff! Pff! Oh! Oh! Jetzt bekomme ich meine Waffen, oder was? Wow! Oh Gott! Psch! Hopplop! Alter, ist das cool! Ich feier das gerade total! Auch wenn es total unheimlich ist, hier abzuhängen! Ach, das sind meine Waffen! Das sind meine Bumerangs! Yes! Hör auf! Fett! Die Stadt muss gerettet werden! Und ich werde das tun! Denn ich bin Batman! War was? Ähm, ähm, ähm! Ähm! Leute! Nein! Wartet, wartet, wartet! Junge! Wie sieht denn das hier aus? Okay, wo bringt mich dieser Lift jetzt hin? Würde ich gern wissen! Die Toilette war nämlich im anderen Stock! Ich hab doch gesagt, ich will auf die Toilette! Oh mein Gott! Das ist mein Geheimversteck! Hey, diese Fledermäuse kenn ich! Das sind Günther, Fritz, Karl! Das sind meine Artgenossen! Hey, das ist sowas von cool! Geil! Wow! Okay, langsam reicht's aber auch, okay? Okay, hier gibt's ziemlich viele Knöpfe zum Drücken! Wow! Hey! Hab ich schon gesagt, dass ich Fledermäuse eigentlich hasse? Okay, was ist das hier? Kann ich hier meine 2 Minuten Eier machen? Ähm, was mach ich? Ah! Ah, Hilfe! Alfred, Alfred! Achso, hier kann ich schießen üben! Oh, das ist mein Batman-Logo! Ist das cool! Okay, was kann man hier denn machen? Ähm, okay! Oh! Warum hab ich ein Dinosaurier in meiner Höhle? Ähm, was passiert, wenn ich hier drücke? Ah, ich wollte nichts kaputt machen! What? Was passiert? Oh! Du Pisse! Mein Gott, warum steht Batman hier auf einmal? Du bist nicht der wahre Batman! Ich bin Batman! Oh, okay! Nein, 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 nein! Alles gut, alles gut, alles gut! Leg das weg, leg das weg! Leg das weg, bitte! Das ist mein nutzloser Kumpel namens Robin! Und der ist vermisst, oder was? Muss ich ihn suchen? Sind meine Freunde wieder missgebaut? Der Joker! Der Joker! Mein größter Feind! Dich krieg ich noch! Okay, hab ihn gekriegt! Ende! Wir müssen unsere Freunde retten! Wir müssen diese Stadt retten! Wir müssen alle retten! Dafür brauchen wir natürlich ein Fahrzeug! Alter, wie geil sieht das denn aus? Yo! Okay, wir nehmen den hier! Los geht's! Retten wir die Stadt! Was? Was ist denn hier los? Lassen Sie sofort in Ruhe! Ich hab' einen Plan! Warte, warte, warte! Hoah! Los! Haha! Hi! Oh, Geld, 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 Geld! Gib mir das Geld! Ja, wer lacht zuletzt, ne? Haha! Was? Ah, verdammt! Okay, warte, ich hab' ne Idee! Wir haben ein Ziel! Zwei! Drei Ziele sind es! Tja, Leute! Ich will ja nicht die Laune verderben, aber... Guck mal nach oben! Los, Batmobil, zeig's Ihnen! Ja, Mann! Hahaha! Na, wie gefällt dir das, he? Du Idiot! Biu, 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 biu! Hahaha! So muss das sein! Niemand legt sich mit Batman an! Und los geht's! Okay, Leute, das ist jetzt die Mordwaffe oder irgendeine Bombe, die die bösen Jungs hochgehen lassen haben. Wenn ich die zusammensetzen kann, finde ich vielleicht heraus, wo sie sich verstecken. Und dann finde ich Robin. Äh, dann versuchen wir das mal. Ich bin eigentlich nicht so gut mit Puzzles. So, vielleicht? Oh, das hat gestorben. Oh! Das war... Ja, das hab' ich extra gemacht. Und... Das noch. Und jetzt nehmen wir das hier rüber. Und... Boom! Wir haben's! Scanning. E-Kripting-Radio-Signal. All for him. Batman! Was? Eine Falle? Das ist eine Falle! I'm coming, Tim. Nein, das ist eine Falle. Geh nicht hin. Auf zum Batmobil! Biu! Okay, hier sind wir jetzt. Da muss ich rein? Ernsthaft? Ich bin Batman, ich hab' keine Angst. Nein, meine Hosen sind nicht nass. Okay, meine Hosen sind nass. Aber auch nur, weil's regnet. Das ist der Joker! Mein größter Feind. Wartet hier auf uns. Aber da ist ein Gitter. Ich kann nicht weiter. Sorry, Leute. Wir gehen wieder nach Hause. Oh! Ach so! Jetzt ist der Joker! Yo! Hab ich schon erwähnt, dass ich Fledermäuse eigentlich hasse? Oh nein, was ist das hier? Das ist halt echt eine Falle. Das ist mehr Falle, als jede Falle, die ich je gesehen hab. Robin, ich komme! Oh Gott. Yo! Komm, wir müssen einfach raus. Ja, wir müssen hier raus. Das weiß ich auch. Ach so! Okay, ich versteh's, ich versteh's. Die müssen... Die Nummern haben Bedeutung. Warte, 10. 10 ist A, 20 ist B und das Letzte ist C. Boom! War's das? Hab ich's geschafft? Soll ich drücken? Oh Gott! Okay, ich wusste, dass irgendwas passiert. Wow! Was? Nein! Robin! Ich muss drücken! Junge, mein Herz! Okay, da ist ein Zahnrocks. Warte. Was macht meine Hand da unten? Hand! Hey! Oh, da ist sie wieder. Warte, da vielleicht? Ja! Ah, na also. Tada! Es macht voll Spaß hier irgendwie, die Rätsel zu lösen, aber das ist verdammt gruselig. Ich dachte, das wird ein witziger Simulator, aber das ist ein Horrorspiel. Keine Zeit für Spülchen. Ah, na toll. Oh, na toll. Yo, nein! 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 Geh weg, geh weg, geh weg! Hilfe! Mach was! Mach was! Ähm, drücken! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ich beschütze dich! Ich beschütze dich! Oh mein Gott, nein! Robin! Wir haben es nicht geschafft, wir haben versagt! Sorry Leute, ich muss hier eine Pause machen. Das Spiel ist länger als ich gedacht habe. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst gerne ein Like da und vergesst nicht am Gewinnspiel mitzumachen. Alles was ihr tun müsst, ist Raid über den Link runterzuladen, dann seid ihr schon dabei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!